Sie schieben auf. Ich schiebe auf, fast jeder schiebt auf. Was ich jetzt nicht aufschiebe, ist der Videoanfang ewig. Wir gucken uns heute an, warum Sie nicht faul sind oder willensschwach, also was die Forschung sagt, warum das jetzt nicht irgendwie das Problem des Einzelnen ist, sondern woran es eben liegt. Dann schauen wir uns als nächstes an, was für Ansätze sich daraus ableiten lassen für Motivation, wie man die generieren kann. Und zum Schluss schauen wir uns noch an, was für konkrete Tipps es gibt. Es gibt Zeitmarken bei diesem Video, also Sie können jederzeit an die Stelle springen, die Sie besonders interessiert. Jetzt zum Anfang will ich Ihnen noch eine Sache besonders ans Herz legen, nämlich wenn Prokrastination aufschieben etwas ist, das Sie wirklich belastet, wenn Sie sagen, ja, das ist jetzt nicht nur so, ich hätte es gern weg, sondern es lastet schwer auf mir. Das kann sehr gut sein und damit sind Sie überhaupt nicht alleine. Das kann an sich schon ein sehr großes Problem für sich sein, ohne dass etwas anderes mit dranhängt. Es kann aber auch genauso gut ein großes Symptom von einer anderen zugrunde liegenden psychischen Belastung sein. Und wenn Sie sowas haben, dann haben Sie auf jeden Fall immer die Chance, sich beraten zu lassen. Ich bin ja an der Hochschule Neu-Ulm angestellt und deswegen habe ich bei diesen Beratungsstellen, die ich jetzt mal hier anklicke, auch die Hochschule Neu-Ulm genannt. Aber dasselbe trifft für alle Hochschulen und Unis und auch für alle anderen öffentlichen Institutionen zu. Sie können sich gerne beraten lassen, haben Sie da keine Scham, weil das ist ein Thema, das betrifft sehr viele und es betrifft auch sehr viele schwer. Ich bin nur irgendein Typ, der hier ein Video macht. Hoffentlich hilft es Ihnen. Ich hoffe es, ja, aber ich kann es nicht versprechen. Und hier kriegen Sie weitere Informationen, weitere Beratung. Das erste wäre hier das Beratungs- und Informationszentrum für Eltern Persönliches und Soziales, das Bizeps an der Hochschule Neu-Ulm. Da werden Sie individuell beraten. Also nicht nur zu aufschieben, sondern egal was Sie für ein Problem haben, im Studium persönlich, egal wo, können Sie sich dort individuell systemisch beraten lassen. Jeder Mensch ist anders, deswegen kriegt jede individuelle Beratung. Und das andere, was ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, ist die psychosoziale Beratungsstelle. Die sitzt in Ulm und da kriegen Sie auch Einzelberatungen, aber Sie kriegen dort auch Kurse zum Thema Aufschieben, aber auch zu anderen Kursen. Es wechselt immer durch. Okay, zurück zum Anfang. Das war mir jetzt einfach wichtig, damit es hier nicht so ein Haha-Video wird von wegen, wir schieben alle auf, lustig, lustig, jetzt gibt es hier noch ein paar Tipps und fertig. Das ist es nicht. Die Forschung sagt uns Folgendes, und zwar schon 1992 von Covington war das. Der hat gesagt, es ist nicht so, dass wir einfach eine Skala haben mit dem Willen zum Erfolg und manche sind da weiter beim Erfolg und manche haben da eine ganz niedrige Motivation und sind einfach faul oder eben willensschwach. Ist nicht so. Wir müssen da eine zweite Skala drüberlegen und das wäre Vermeidung von Fehlern. Heißt für Sie jetzt, falls Sie sehr stark diesen Erfolg wollen, aber auch Angst haben zu scheitern, zum Beispiel weil Sie perfektionistisch sind, dann kann es sein, dass Ihre Vermeidung von Fehlern stärker ist, größer ist, als Ihr Wille zum Erfolg und in diesen Fällen machen Sie nichts. Dann kommen Sie nicht ins Tun, Sie fangen gar nicht erst an. Oder Sie fangen an und brechen immer wieder ab, weil Sie sich denken, oh mein Gott, was soll das, ich muss hier weg. Und Sie beenden die Aufgabe. Heißt, es zählt nicht nur, dass Sie den Erfolg wollen. Manche Leute wollen den Erfolg zu sehr, manche setzen viel zu hohe Standards und deswegen kommen die nicht ins Machen. Also es ist nicht so, dass Sie faul sind. Es gibt noch eine andere Übersicht und bitte klicken Sie jetzt nicht weg, wenn ich diese mathematisch anmutende Gleichung aufmache. Die erkläre ich Ihnen in aller Ausführlichkeit und es hat wirklich wenig mit Mathe zu tun. Sie brauchen jetzt kein Mathe. Aber, sprechen wir die durch, wir haben zwei Dinge, die über dem Bruchstrich stehen, zwei Dinge im Zähler, das ist Erfolgserwartung und Wert. Diese Dinge beeinflussen ihre Motivation im Positiven. Je höher die sind, desto besser, desto motivierter sind sie. Und da gibt es zwei Dinge, die sind unter dem Bruchstrich. Das wäre die Impulsivität und die Verzögerung. Je größer die sind, desto niedriger ist ihre Motivation entsprechend, desto eher schieben sie auf. Diese 1 ganz vorne dran, die ist jetzt noch da, damit der Nenner nie 0 werden kann, weil durch 0 teilen, dann geschehen schlimme Dinge und ich wollte halt die Mathematiker, die das Video schauen, jetzt nicht schreien lassen, deswegen ist da noch eine 1. Aber ansonsten ignorieren sie die jetzt. Sprechen wir die im Einzelnen durch. Wir haben die Erfolgserwartung. Was heißt das? Das ist zum einen die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Erfolg zu haben und zum anderen die Wahrscheinlichkeit, dass sie dafür dann auch belohnt werden. Also Wahrscheinlichkeit. Vergleichen wir das, bevor wir da nochmal drauf eingehen mit dem Wert. Der Wert ist nicht die Wahrscheinlichkeit von irgendwas, sondern der Wert ist, wie viel Freude ihnen tatsächlich diese Aufgabe gerade macht. Und vielleicht auch noch, wie groß die spätere Belohnung ist. Also die Aufgabe an sich mag jetzt nicht so spaßig sein, aber das, was hinten raus winkt, das motiviert sie. So. Und jetzt im Vergleich, diese Erfolgserwartung heißt, wie wahrscheinlich finden sie das, dass das klappt. Als Beispiel sagen wir, sie würden jetzt gerne mit den Armen wedeln und dann würden sie gern losfliegen. Das würden sie gerne. Sie halten das jetzt aber für wahrscheinlich nicht ganz so realistisch. Deswegen werden sie das nicht tun. Sie halten ihre Chance, Erfolg zu haben, für relativ niedrig. Sie haben eine niedrige Erfolgserwartung. Der Wert, der wäre hoch. Es wäre toll, wenn sie rumflattern könnten, nur mit ihren Armen. Aber es klappt halt nicht. Deswegen machen sie es nicht. Deswegen haben sie eine niedrige Motivation, mit den Armen zu wedeln. So. Wert, wie könnte da das Problem aussehen? Sagen wir, also es war ja, wie viel Freude macht einem das und wie groß ist die Belohnung? Sagen wir, sie spielen seit zehn Jahren im Verein Fußball. Und sie sind da am Anfang reingekommen und jetzt sind sie halt im Verein und es macht ihnen eigentlich keinen Spaß mehr. Sie spielen noch, sie sind gut. Sie gewinnen mit ihrem Team, aber sie ziehen da keine Freude draus. Und selbst wenn sie dann am Ende der Saison einen Pokal haben, das gibt ihnen nichts. Und das wäre ein Fall, wo sie keinen Wert verspüren bei dieser individuellen Aufgabe und wo es dann deswegen ihnen schwerfällt, sich zu motivieren. Ihnen. Dem Nächsten, dem macht Fußball unglaubliche Freude und der muss nicht mal gewinnen. Der hat einfach Spaß da dran. Das sind einfach individuelle Präferenzen. Und da ist jeder eigen. Gehen wir unter den Bruchstrich. Da haben wir einmal die Impulsivität. Da denken die meisten dran, wenn sie an Aufschieben denken. Die denken halt, ja, okay, ich bleibe nicht dabei oder so. Es gliedert sich eigentlich in zwei Teile auf. Nämlich zum einen in die Ablenkbarkeit durch andere Dinge. Also zum Beispiel, etwas ist dringend und aber eigentlich nicht so wirklich wichtig. Nicht so wichtig wie das, was ich gerade mache. Oder etwas ist interessant. Also dringend wäre eben ein Anruf und interessant wäre, ja, gut, jede App auf dem Smartphone. Und die Tendenz, da dann hinzugehen, diese Ablenkbarkeit, wenn da eine Benachrichtigung kommt, dass eben irgendwas Neues in Instagram gerade eben aufgetaucht ist, das ist die erste Form von Impulsivität. Die zweite Form ist die Tendenz, den Fokus bei der aktuellen Aufgabe zu verlieren. Das ist nicht das Gleiche. Damit ist gemeint, sie sitzen in einem dunklen, stillen Raum und machen, ja, nicht unbedingt dunkel, wenn sie lichtbraun wäre Aufgabe. Aber sie haben einen stillen Raum, sie sind ungestört und trotzdem können sie sich nicht motivieren. Trotzdem bleiben sie nicht dabei. Trotzdem hören sie immer wieder auf, gehen raus, ziehen ihr Handy raus, obwohl es nicht gebimmelt hat. Das meint dieses Fokus verlieren. Und das letzte Verzögerung, das ist relativ leicht. Es ist die Zeitspanne bis zur Belohnung. Es ist natürlich auch die Deadline, aber gemeint ist die Belohnung. Sagen wir, sie haben ein Seminar im Studium und sie müssen da bei diesem Prof sehr viele einzelne Meilensteine abliefern. Der Professor hat schon gemerkt, okay, wenn ich nur eine Deadline ganz am Ende mache, dann macht niemand was bis zur Deadline, leider. Das ist ja genau das, warum ich das Video hier mache, damit das nicht mehr passiert. Und der Prof hat dann schon für sich entschieden, jawohl, ich mache jetzt einzelne Meilensteine und die sollen sich da gefälligst dran halten. So, jetzt haben sie eine relativ niedrige Verzögerung. Eigentlich könnte man meinen, sie müssen jede Woche abliefern. Ja, schon. Aber die Belohnung, die ist weit weg. Die kommt erst am Ende, wenn sie dann ihre gute Note für dieses ganze Seminar bekommen haben. Also die Zeitspanne bis zur Belohnung ist immer noch sehr weit. Und deswegen wäre es halt sinnvoll, da früher was für sich selber zu implementieren, damit sie sich eben selber belohnen oder andere Leute. Wir kommen darauf, was man jetzt konkreter machen kann. Aber im Wesentlichen ist es jetzt so, sie können Motivation steigern auf zwei Weisen. Entweder steigern sie das Zeug über dem Bruchstrich, haben eine höhere Erfolgserwartung, haben einen höheren Wert von der Aufgabe. Oder sie sagen, ja, ich verringere jetzt die Dinge unter dem Bruchstrich. Ich gucke, dass ich eine niedrigere Impulsivität erreiche. Ich gucke, dass ich eine niedrigere Verzögerung erreiche. All das geht. All die Dinge können sie machen. Und jetzt ist für sie natürlich interessant, wo sollten sie angreifen. Es sind vier verschiedene Themenspektren. Deswegen habe ich ihnen auch noch im Literaturverzeichnis unterhalb von diesem Video verlinkt den Test von Steel 2015. Steht auch auf dieser Folie nochmal drauf, gerade eben Steel 2015. Da können sie testen, okay, ist mein Problem Impulsivität, ist mein Problem Wert und so weiter. Und dann wissen sie, wo sie anfangen kann. Ich gehe jetzt die Gleichung entlang von links oben. Also fange an bei der Erfolgserwartung und gehe dann durch die einzelnen Dinge und sage, was man da jeweils jetzt machen kann. Das ist keine erschöpfende, also vollständige Liste. Aber es sind die Dinge, die meiner Meinung nach am ehesten für mich und für andere auch funktionieren. Ich habe am Ende auch noch eine Liste, was man auch noch machen kann. Eine tolle Liste von Vermeer. Aber gehen wir mal da rein. Die Erfolgserwartung, die hängt erstmal jetzt ganz wesentlich davon ab, ob sie in ihrem Leben Selbstwirksamkeit spüren oder ob sie an erlernte Hilflosigkeit leiden. Erlernte Hilflosigkeit bedeutet, sie haben im Laufe ihres Lebens gelernt, dass sie scheinbar hilflos wären. Ich sage das extra so, weil sie sind das nicht. Aber sie glauben, dass sie nichts dagegen tun können. Man hat das bei Tieren, bei Hunden nachgewiesen. Die haben tatsächlich Stromstöße bekommen und haben am Anfang noch versucht abzuhauen davon. Aber das Layout des Versuchs war so, dass die denen nicht entrinnen konnten. Und irgendwann haben die dann gar nicht mehr versucht abzuhauen. Die haben gewusst, ich werde eh jetzt geschockt. Und die haben das dann ertragen. So schlimm wie das jetzt klingen mag, lässt sich das trotzdem in die menschliche Psychologie übertragen. Das heißt, wenn sie ihr Leben lang, oder es reichen auch noch ein paar Jahre, in Mathe zum Beispiel, schlechte Noten kassiert haben, dann könnte es sein, dass sie glauben, ich bin einfach nicht der Typ für Mathe. Und wenn sie das glauben, dann können sie sich nahezu nicht mehr motivieren. Weil wozu noch motivieren, könnte man dann meinen. Es bringt ja nichts. Das ist genau die Denke, von der ich sie wegbringen will. Jeder lernt im Laufe seines Lebens verschiedene Lektionen. Und einer davon könnte das sein, es bringt nichts. Aber dann haben sie endgültig keine Möglichkeit mehr, sich zu motivieren. Wenn sie stattdessen sagen, ja okay, ich kann jetzt gerade eben kein Mathe, mir fehlen wahrscheinlich Grundlagen. Ich habe Lücken, elementare, schlimme Lücken. Aber wenn ich die angreife, wenn ich mich hinhocke, wenn ich mir auch Hilfe suche, ich muss nicht alles selber leisten, aber wenn ich da anpacke an den richtigen Stellen, dann begreife ich das, weil ich habe auch andere Dinge in meinem Leben schon begriffen, nicht nur Mathe. Und sobald ich die begriffen habe, dann kann ich auch die aktuellen Mathe-Lektionen begreifen. Und sie haben jetzt gerade eben schon rausgehört, dieses Prinzip Selbstwirksamkeit, das steht dem komplett gegenüber. Selbstwirksamkeit, eine hohe Selbstwirksamkeit heißt, sie glauben, sie können was verändern. In sich, in der Welt, in ihrer Umgebung. Sie glauben, wenn sie die Mühe reinpacken, dann kommt was hinten bei raus. Was Sinnvolles. Und das ist wichtig, dass sie das in irgendeinem Teilbereich haben, weil sie das dann meistens auch auf andere Sachen übertragen können. Sie können natürlich auch in manchen Teilbereichen erlernt hilflos sein und nur da erlernt hilflos bleiben, während sie woanders selbstwirksam sind. Aber in der Regel ist es so, schauen sie, dass sie sich ihre Erfolge holen, dass sie sich beweisen, ja, ich kann diese Sachen. Und dass sie dann sich wieder motivieren können, weil sie wissen, das ist nicht hoffnungslos. Es ist es nie. Irgendwie kann man sich immer ein bisschen verbessern. Meistens sogar sehr stark. Am besten nutzen sie dazu Erfolgsspiralen. Das heißt, sie fangen langsam klein an und steigern sich dann allmählich. Sie fangen nicht direkt an. Sie rennen jetzt nicht am ersten Tag ins Fitnessstudio. Sie waren noch nie drinnen. Sie rennen da rein. Sie packen irgendwann 200 Kilo auf eine Langhandel und dann gehen sie rein in der Erwartung, dass das jetzt was wird. Das ist keine Erfolgsspirale. Das ist dämlich. Sie werden das nicht heben können. Sie gehen da rein. Sie packen ein bisschen drauf. Sie heben das. Sie gehen immer wieder hin regelmäßig und über Zeit können sie mehr stemmen. Das ist eine Erfolgsspirale. Und als letztes, was ich Ihnen hier noch habe, Antiperfektionismus würde bedeuten, dass sie sich von ihrem Perfektionismus trennen. Klar, das bedeutet das Wort. Aber gemeint ist damit im Rahmen der Erfolgserwartung, sie senken ihre Ansprüche, damit sie Erfolg überhaupt haben können. Damit meine ich, wenn sie an ihre Aufgabe rangehen, mit der denke, es muss absolut perfekt in Gold gegossen und auf Ewigkeit wunderschön sein. Die Chance, dass sie jetzt noch Erfolg haben, eben diese Erfolgserwartung, die sie selber haben, die ist nahezu null. Sie können nicht perfekt abliefern, vor allem nicht zwei-, dreimal hintereinander. Wenn sie zufällig damit mal Glück haben, dann denken sie nur, okay, schaffe ich das nächstes Mal nochmal, nächstes Mal nochmal. Der Druck wird immer größer, die Angst zu scheitern und sie machen nichts mehr. Deswegen gucken sie sich genau an, wie groß die Hürde ist, die sie überspringen wollen. Dann setzen sie sie nicht künstlich höher. Wenn der Professor zu ihnen sagt, bis zu diesem Datum möchte ich einen Entwurf haben von ihrer Arbeit, dann will der einen Entwurf. Dann will der keine fertige Arbeit mit perfekten Kopfzeilen und wunderbar und hervorragend laufenden Argumentationen. Der will einen Entwurf. Okay. Und all diese Dinge können sie beeinflussen mit einem Leistungsminimum. Das ist eines der besten Sachen, das kommt nachher hin bei den konkreten Tipps. Ich wollte es hier schon mal bringen, wenn sie mögen können sie auch unten jetzt da hinspringen noch. Leistungsminima sind super. Fast hätte ich gigantisch gesagt, aber naja. Wert steigern als nächstes. Das war auch das, das war über den Bruchstrich, das war das zweite Ding neben der Erfolgserwartung. Der Wert kann bei der Aufgabe gesteigert werden und bei der Belohnung gesteigert werden. Wenn sie die Aufgabe jetzt steigern, dann gestalten sie ihre Arbeitsangebungen so angenehm wie möglich. Zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Heißt, sie müssen Bachelorarbeit schreiben und jetzt haben sie da einen Tisch und da ist ein Stuhl und der ist jetzt unbequem. Und sie hören immer wieder draußen die Straße. Es ist unkonzentriert. Das Hupen nervt sie. Sie können nicht ordentlich arbeiten. Und immer wieder vertappen sie sich, wie sie dann halt weggehen. Sie gehen rüber an ihre Couch und spielen über Playstation. So. Was sie jetzt bitte nicht machen, ist einfach auf der Couch lernen oder im Bett gar lernen oder schreiben. Das funktioniert nicht, da komme ich gleich noch dazu. Was ich von ihnen möchte, ist, dass sie ihre Arbeitsumgebung, die Arbeitsumgebung besser gestalten. Sie machen sich ein Kissen hin oder nehmen ein, zwei Duschtücher und polstern damit ihren Stuhl, damit der halt einfach ein bisschen besser ist. Sie stellen sich irgendwas unten an die Füße hin. Sie legen sich vielleicht ein Kissen unter die Füße, damit sie nicht mehr auf dem Boden aufliegen. Alles, was es irgendwie besser macht. Sie machen sich zu Beginn ihrer Session einen Tee, den sie mögen. Stellen den neben sich hin, setzen Noise-Canceling Kopfhörer auf, wenn sie haben. Oder nehmen Ohrstöpsel für ein paar Cent, Wachsohrstöpsel, damit sie die Straße nicht mehr hören. Und dann geht's los. Und sie werden viel besser arbeiten können. Außerdem können sie jemandem davon erzählen. Das schafft zum einen, ja, dass sie verantwortlich werden gegenüber den Sachen, die sie gesagt haben, klar. Aber es ist auch schon so, dass sie rein dadurch, dass sie jemandem davon erzählen, bei der Ausführung der Aufgabe dann daran denken können. Sie denken sich, oh ja, stimmt, ich habe den Leuten gesagt, ich gehe ins Fitness und jetzt bin ich hier, ich bin im Fitness und es ist richtig gut, ja, jetzt mache ich noch das, jetzt mache ich noch das. Und sie werden sich besser motivieren können, sie werden mehr den Wert dieser Aufgabe spüren, wenn sie nicht der einzige Mensch der Welt sind, die um diese Sache weiß. Die Belohnung kann man dann steigern, indem man sich an sich erstmal belohnt. Die meisten Leute belohnen sich gar nicht. Belohnen sie sich regelmäßig. Kann auch wieder ein T sein, kann egal was sein. Ich bin persönlich gegen Impulskäufe, nur dass man irgendwas gekauft hat. Aber treffen sie sich mit einer Freundin, einem Freund, gehen sie einfach mal raus, machen sie etwas Schönes und sagen sie sich aber auch, ich mache dieses schöne Ding jetzt, weil ich eben diese andere Sache geleistet habe. Belohnen sie sich. Dazu kann auch schon gehören, dass sie eine Aufgabe richtig zelebrieren, wenn sie die durchstreichen. Sie nehmen sich den fettesten Marker, den sie haben und sie streichen das Ding durch und sagen sich laut, jawohl. Oder sie haben eine App und da gibt es verschiedene Jingles, die dann kommen, wenn man was abstreicht und sie nehmen den Jingle, wo sie denken, jawohl, der ist wirklich episch, der ist schon fast schmalzig und so klicken sie dann drauf und jedes Mal ertönt der und sie denken sich, ja, ja. Also die kleinen Sachen können auch schon Belohnungen sein. Dann als nächstes gehen wir jetzt unter den Bruchstrich. Wir schauen uns jetzt die Impulsivität an. Da geht es um diese zwei Teile, die ich vorhin genannt habe, nämlich zum einen, wie schalte ich an sich die Ablenkung aus und dann, wie halte ich den Fokus aufrecht. Also selbst wenn es keine Ablenkung gibt, wie bleibe ich bei der Aufgabe. Fangen wir oben an. Das wusste jetzt jeder, dass es kommt. Bei ihrem Smartphone schalten sie es aus oder schalten sie es auf stumm oder lautlos. Also Vibration oder sogar ganz alles raus, keine Benachrichtigung mehr. Falls das nicht geht, falls sie sagen, ich erwarte einen wichtigen Anruf oder ich kann das nicht, ich arbeite mit meinem Handy, da sind meine Termine drin, ich muss da eh reingucken und dann sehe ich die Notifications, die Benachrichtigungen, dann schalten sie die Benachrichtigungen von allen unwichtigen Apps aus. Es interessiert sie nicht, ob jetzt bei ihrer Google Timeline irgendwas am Ende des Monats anzugucken ist an Galerien. Es interessiert sie nur, habe ich eine direkte WhatsApp Nachricht bekommen, habe ich einen Anruf bekommen, habe ich eine SMS bekommen und mehr nicht. Das können sie schon mal ausschalten. Wenn sie mögen, können sie auch die Apps, in denen sie ihrer Meinung nach zu viel Zeit verbringen, klassischerweise Instagram, YouTube, sowas, können sie dann halt deinstallieren oder zumindest verstecken. Und dann, habe ich gerade eben schon angeteasert, vermischen sie nicht Arbeit und Entspannung, wenn sie sowieso hoch in Impulsivität sind im Moment. Und das kann sich über das Leben ändern. In beide Richtungen. Dann ist es sehr schwer für sie eine Couch zu haben, auf der sie sowohl arbeiten als auch Playstation spielen oder Xbox oder was auch immer. Deswegen gucken sie, wenn sie die Möglichkeit haben, dass sie das räumlich trennen. Auf der Couch wird gespielt und am Schreibtisch wird gearbeitet, nicht irgendwas mittendrin. Wenn sie einen Laptop haben, an dem sie arbeiten und da haben sie zufällig auch Spiele drauf, ja natürlich würden sie jetzt eher am Schreibtisch sitzen, aber dann nehmen sie den mit auf die Couch und spielen da, weil der Schreibtisch zum Arbeiten ist. Und schon gar nicht im Bett, weil sonst können sie nachts einfach nicht pennen. Und produktiver sind sie auch nicht, wenn sie im Bett liegen. Wahrscheinlich werden sie nur müde. Also nicht vermengen. Und üben sie Achtsamkeit. Das klingt jetzt esoterisch, aber damit ist gemeint, schauen sie, dass sie nicht in so einen geistlosen Autopilot reinrutschen. Jeder rutscht da rein, ich rutsche da auch rein. Und in diesem Modus, in dem Autopilot, ist man am gefährdetsten, dass man so schnell mal eine Entscheidung trifft, wie man zieht das Smartphone raus, ohne dass man es eigentlich recht will, guckt drauf, weil einem langweilig ist. Und dann sind wieder 20 Minuten rum. Oder länger. Und das brauchst du einfach nicht. Wenn sie bemerken, was sie tun, dann sind sie weniger geneigt, diese Dinge zu tun. Dann sind sie weniger geneigt, das Smartphone rauszuziehen. Also wenn sie merken, sie ziehen das raus, dann äußern sie gerne mal wirklich laut, ich ziehe gerade mein Smartphone raus und dann überlegen sie selber, was wollen sie eigentlich gerade eben tun. Sie machen das jetzt gerade eben nur, das ist wie so ein Reiz. Und das ist wie so ein Zucken. Und wenn sie dann sich das laut äußern und dann sagen, okay, ich will wirklich in mein Handy reingucken, dann machen sie das, äußern sie vorher, was sie machen wollen. Ich möchte auf Facebook checken, ob meine bekannte da, 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 dieses und jenes. So, rein, raus, fertig. Solange sie bewusst agieren, verschwenden sie nicht so sehr ihre Zeit. Dann, um jetzt in den anderen Part reinzugehen, also wie man den Fokus aufrecht hält, bauen sie bitte auch in ihren Terminplan die Dinge ein, die für sie angenehm sind, die schönen Dinge. Wenn sie einen Terminplan machen, ich mache da auch noch ein Video bald drüber, wenn sie einen Terminplan machen, da sind nur Dinge drin, die sie gern weg hätten nachher, die sie gern getan haben, aber die absolut eklig sind und die sie nicht anfassen wollen, dann werden sie über Zeit aufhören, diesen Terminplan überhaupt zu verwenden. Sie gucken da nicht rein, weil da sind ja nur schlimme Dinge drin. Das sind Überraschungsküste und jedes Mal, wenn sie die aufmachen, kommt was noch Schlimmeres raus quasi. Das darf nicht sein. Sie brauchen immer einen Ausgleich, sowohl im Terminplan, damit sie den überhaupt verwenden, als auch wirklich dann in der Realität. Wenn sie nur durchackern, werden sie ausbrennen. Ich musste im Studium sehr viel arbeiten. Ich musste jedes Wochenende arbeiten, auch an den Sonntagen und es ging halt einfach irgendwann nicht mehr. Und das Praxissemester hat mich dann gerettet. Aber gucken Sie, dass Sie Angenehmes in Ihren Terminplan einbauen. Das ist nicht wenige produktiv. Pausen sind nicht wenige produktiv. Pausen sind unschätzbar wertvoll für Produktivität an sich. Und deswegen sind Pausen und schöne Dinge Produktivität. Und, ja, handfester Tipp, essen und trinken und schlafen Sie vor der Session. Sie wollen nicht, dass Sie in den Tunnel reinkommen, in den Fokus kommen, in den Flow kommen, nach Csikszentmihalyi, dem Auto, der das gefunden hat, dem ungarischen, und dann merken nach einer halben Stunde, oh Mist, ich habe Hunger. Und dann diese Ausrede so, ja, man kann ja nicht arbeiten, wenn man jetzt nicht ordentlich Glucose und überhaupt, und ich brauche jetzt mein, was auch immer Sie dann essen wollen, und, ja, ich müsste auch mal was trinken, trinken ist ja wichtig. Ja, all diese Dinge sind wichtig, aber die hätten Sie am besten davor erledigt, weil Sie dann nicht mehr mitten in der Session auf einmal von Ihren Grundbedürfnissen aus dem Fokus rausgerissen werden. Das ist mein Tipp. Okay, dann Verzögerung benennen, Verzögerung verringern. Die Meilensteine benennen. Was heißt das? Jetzt bin ich nur aneinander gekommen. Meilensteine zu benennen heißt, Sie haben eine große Aufgabe, und die hat entsprechend eine große Verzögerung. Sie sind erst ganz spät irgendwann mal fertig. Und wenn Sie stattdessen Meilensteine benennen, heißt, Sie nehmen bestimmte Teile, die Sie irgendwann erreichen wollen, und diese dann verorten, das ist der nächste Punkt, dann haben Sie kürzere Deadlines. Und wenn Sie sich bei diesen Meilensteinen immer belohnen, dann haben Sie eine geringere Verzögerung. Sie haben wenige Verzögerungen, bis es dann mal Spaß macht. So. Sie benennen also erst die Meilensteine, dann rechnen Sie rückwärts. Okay, die Deadline ist da und da, und ich habe diese fünf Meilensteine. Ich muss eine Bachelorarbeit schreiben, das heißt, ich muss recherchieren, ich muss das Zeug lesen, ich muss einen Rohentwurf schreiben, ich muss es überarbeiten, ich muss es abgeben zum Binden. Wann ist Deadline? Aha, wie lange dauert es zu binden? Okay, und wann muss ich dann fertig sein mit der Überarbeitung? Wann muss ich dann fertig sein mit dem Rohentwurf? Sie haben nicht immer überall Erfahrungswerte. Aber es gibt Menschen, die haben die. Fragen Sie Leute, die erfolgreich diese ähnliche oder sogar genau die gleiche Aufgabe abgeschlossen haben. Was die gemacht haben? Fragen Sie im Falle Ihrer Bachelorarbeit Ihren Dozenten oder schauen Sie in irgendeinen Ratgeber zum wissenschaftlichen Schreiben. Ich habe auch ein Video zum wissenschaftlichen Schreiben, da können Sie auch nachgucken, da habe ich einen Zeitplan drin. Aber auf jeden Fall rechnen Sie rückwärts. Und dann kommunizieren Sie auch wieder diese Meilensteine. Das heißt, gehen Sie her, sagen Sie einem Freund, einer Freundin, einem Verwandten Bescheid. Hey, ich weiß, dass ich öfter mal Sachen aufschiebe. Die Person wird dann vielleicht lachen und wird nicken. Und dann sagen Sie, ich weiß, dass ich öfter mal Sachen aufschiebe. Könntest du mich bitte am Dienstag den Sohn zur Vielten anrufen und fragen, ob ich die Literaturrecherche fertig habe? Und dann sagt die Person, ja klar, das mache ich, mal gucken. Und am Dienstag werden Sie die Literaturrecherche fertig haben. Vielleicht erst in der Montagnacht, weil Sie wieder ein bisschen in diese Richtung prokrastiniert haben. Aber es wird besser werden mit der Zeit. Wenn Sie so jemanden haben, sagen Sie auch dieser Person dann mal Danke. Und jetzt sind wir am Ende von diesen vier Ansätzen für Motivation. Es gibt viele weitere tolle Ansätze bei Vermeer. Das ist von 2012. Wie gesagt, finden Sie in der Videobeschreibung dann nochmal. Der bezieht sich auch auf diese Prokrastinationsgleichung von Stil und benennt eben in diesen Feldern Erfolgshaltung, Erfolgserwartung, Wertsteigern und so weiter. Erfolgserwartung und Wert und Impulsivität, da nennt der nochmal konkrete Tipps. Finde ich super, hat mir auch sehr weitergeholfen und kann ich nur wirklich empfehlen. Gehen wir jetzt aber in die konkreten Tipps. Wir lösen uns jetzt kurz von Stil und seiner Prokrastinationsgleichung von diesen vier Elementen und gucken uns vorher noch Systeme im Vergleich zu Zielen an. Weil es gibt kaum ein Konzept, das mir in meinem Leben so weitergeholfen hat mit Produktivität wie dieses System, was ich jetzt hier auf dieser Folie habe. Und es greift hervorragend in diese Prokrastinationsgleichung mit ein. Ziele sind nicht das, was sie Erfolg haben lässt oder scheitern lässt. Fast jeder hat Ziele. Aber nur wenn wir regelmäßig gewisse Dinge tun, erreichen wir die. Nur allein ein gutes Ziel zu haben, bringt ihnen gar nichts. Also sagen wir, sie wollen Rockstar sein. Okay, gut. Und was tun sie jetzt dafür? Das Einzige, was sie dann dafür tun, ist ganz arg das zu wollen. Dann passiert halt nichts. Sie müssen schon Singen üben oder Gitarre üben oder was es auch ist. Und das halt oft und über längeren, also jeden Tag relativ lange und das über einen sehr langen Zeitraum. Dann werden sie sehr gut. Ich habe Ihnen jetzt hier die immer gleichen vier Beispiele, an denen ich diese konkreten Tipps festmache. Und wir haben jetzt hier vier Ziele. Das fängt an mit Gewicht verlieren. Das ist ein Ziel. Es ist ein schwammiges Ziel übrigens, also es ist nicht smart. Es ist nicht, ich möchte bis zum so und so viel Kilo verlieren. Mit dem Ziel ist an sich schon vieles problematisch. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass hier ein Ziel definiert wird, aber nicht, was man dafür tut. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ziel ist ein Toll. Aber das ist der Schritt 1. Schritt 2 ist jetzt, okay, was ist mein mögliches System? Und das könnte sein, jawohl, ich gehe jeden zweiten Tag so und so viele Minuten joggen. Das ist mein System. Ob es jetzt das perfekte System ist, ist nochmal was ganz anderes. Es gibt jetzt sehr viele verschiedene mögliche Systeme, aber das hier könnte eben eines sein. Und dann haben Sie eben einen gewissen Input, damit Sie diesen Output, dieses Gewicht verlieren, irgendwann erreichen. Alle die Dinge, diese Systeme sind immer input-orientiert. Es geht immer um Zeit, die man reinsteckt. Nicht um Dinge, die man erreicht. Das wären ja nur kleinere Ziele. Gucken wir weiter, dann werden Sie merken, was ich meine. Bachelorarbeit abgeben ist Ihr Ziel. Okay. Was muss ich jetzt tun, damit ich meine Bachelorarbeit abgeben kann? Ja gut, ich muss mich halt jeden Tag so und so viele Stunden hinter diese Bachelorarbeit klemmen und da weiterarbeiten. So einfach und so hart ist es dann halt. Ich kann nicht einfach nur sagen, okay, irgendwann warte ich, bis die Panik kommt und dann wird schon was passieren. Gut, auch das ist ein System, aber nicht in dem Sinne, wie ich es jetzt meine. Ein System ist etwas, das Sie jeden Tag regelmäßig tun. Systeme sind Gewohnheiten. Sie wollen glücklicher und entspannter sein? Dann können Sie jeden Tag so und so viele Minuten meditieren. Oder Achtsamkeit üben oder jeden Tag vier, fünf Sachen aufschreiben am Ende, was schön war, worüber Sie dankbar sind. Es gibt viele, viele verschiedene Arten, da ein System aufzusetzen. Aber Sie müssen irgendwas implementieren, damit Sie Ihre Ziele erreichen, sonst wird das nichts. Und jetzt noch als Letztes, Sie haben so ein Angstmodul, nenne ich es jetzt mal irgendwie. Sie sind schon einmal durchgefallen, Sie sind im Zweitversuch, Sie wollen nicht in den Drittversuch. Was könnte jetzt das System sein? Ja gut, jeden Dienstag und Donnerstag lerne ich explizit für dieses Fach so und so viele Stunden. Ein oder zwei. Ich habe jetzt hier mit Absicht nochmal Dienstag und Donnerstag nur reingeschrieben. Das ist ja etwas, was nicht jeden Tag ist und auch nicht jeden Zweiten. Das sind, wir kommen da jetzt gleich drauf, wie man das dann lösen kann. Denn der nächste Punkt ist jetzt hier, den Start zu garantieren oder vielmehr es sich unmöglich zu machen, den Start zu verpassen. Und da könnten wir jetzt wieder an das Joggen gehen. Das möchten wir anfangen, okay. Was können wir jetzt tun? Was können Sie jetzt tun, wenn Sie joggen gehen wollen? Was ist der Start? Wir hatten schon gesagt, vorhin gerade eben, wir gehen jeden zweiten Tag so und so lang joggen. Wie erreichen wir das? Was? Na ja, jeden zweiten Tag ziehe ich direkt beim Aufstehen meine Joggingkleidung an und dann gehe ich joggen. So, jetzt haben wir das an einen ganz klaren Zeitpunkt geknüpft. Direkt nach dem Aufstehen, da ziehe ich mir das Zeug an, es liegt schon parat und dann geht es los. Kann ich nicht verpassen. Dann an der Bachelorarbeit arbeiten. Jeden Tag werde ich direkt nach dem Abendessen, gesetzt dem Fall, dass ich immer Abend esse. Ist in dem Fall jetzt halt mal die Annahme. Wenn es bei Ihnen nicht so ist, müssen Sie es anders machen. Jeden Tag nach dem Abendessen starte ich den Rechner und ich arbeite an der BA. Keine Auspflichte. Nicht so was wie, jeden Tag werde ich zwei Stunden an der BA arbeiten. Ja toll, wann? Morgens, mittags, abends. Der Tag geht irgendwann so rum. Sie haben es nie definiert. Es kommt nie der Impuls, dass Sie jetzt starten sollten. Es geht immer noch mal fünf Minuten später. Und am Ende ist dann der Tag irgendwann rum und dann war es das halt. Meditieren. Jeden Abend werde ich mich direkt nach dem Zähneputzen auf meine Yogamatte setzen und ich werde meditieren. Zähneputzen abends. Ich denke, dass Sie es machen. Deswegen auch hier ist nicht möglich, das zu verpassen. Und als letztes, wann lesen Sie diese klausurrelevante Literatur? Das war dieses Ding, was dienstags und donnerstags nur war. Wie machen Sie es da? Naja, jeden Dienstag und Donnerstag werde ich um 19 Uhr den extra dafür eingerichteten Alarm ausschalten. Und dann packe ich mich an den Schreibtisch und dann packe ich mich vor diese Literatur. Sie können Alarme einstellen für Dinge, die so unregelmäßig sind oder so selten sind, dass Sie die ansonsten leicht vergessen. Ich habe in meinem Handy einen gelben Sack eingespeichert. Das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Ich vergesse es jetzt nicht mehr. Es ist vielleicht nicht das Beste, was ich je gemacht habe. Aber es war auf jeden Fall eine gute Idee. So, und dann legen Sie ein Leistungsminimum fest. Das ist der letzte konkrete Tipp und auch der Abschluss von diesem Video. Das ist ein wirklich super, super Tool. Und es gibt kaum etwas, was mir so weitergeholfen hat. System ist das Ziel, es ist eine große und dieses Leistungsminimum ist das andere. Was ist das jetzt? Wenn Sie sagen, Sie wollen joggen, dann könnte Ihr Leistungsminimum sein. Moment, ich blende noch nicht auf. Sie denken jetzt an diese Erfolgsspiralen vielleicht so. Ja, ich fange klein an. Ich laufe am Anfang nur 100 Meter und dann laufe ich 200, dann laufe ich 300. Das meine ich damit nicht. Gemeint ist mit dem Leistungsminimum, im Falle von Joggen. Ich ziehe meine Joggingschuhe an und ich verlasse die Wohnung. Fertig. Das ist es. Ich gehe vor die Tür und jetzt habe ich gewonnen. Jetzt habe ich die Gewohnheit erfüllt. Mehr ist es nicht. Ich muss nicht loslaufen. Die Gewohnheit ist jetzt schon erfüllt. Das war das Leistungsminimum. Sie denken jetzt, okay, das ist lächerlich. Was soll das? Und der Grund ist, dass es das sein muss. Ja, weil das Leistungsminimum ist Ihr Minimum. Gewohnheiten sind nur dann gut, wenn Sie die regelmäßig durchziehen. Sonst sind es keine Gewohnheiten. Das wichtigste überhaupt ist, dass Sie am Ball bleiben. Und am Ball zu bleiben bedeutet, es wird Tage geben, da geht es Ihnen hundsmiserabel. Und es wird Tage geben, da haben Sie absolut keine Zeit. Es gibt irgendwas, das jetzt total wichtig ist und das Sie auch nicht planen konnten. Was können Sie jetzt tun? Ja, Ihr Leistungsminimum durchziehen. Sie ziehen sich nur die Joggingschuhe an und verlassen die Wohnung. Obwohl Sie wirklich wenig Zeit heute haben. Sie haben nur 10 Minuten. Okay, Sie gehen runter und ich verspreche Ihnen, Sie werden trotzdem ein bisschen laufen, weil Sie fühlen sich lächerlich, wenn Sie es nicht anfangen. Oder Sie stehen jetzt schon unten. Jetzt können Sie auch noch wenigstens ein paar Schritte machen. Laufen Sie um den Block. Und dann ist sogar noch mehr erreicht. Also Leistungsminimum. Aber wenn das nicht geht, dann war das auch schon okay. Es war ein Erfolg. Wichtig ist es, dass Sie Ihre Erfolge verbuchen. Und ein Leistungsminimum zu erreichen, zählt als Erfolg. An der Bachelorarbeit arbeiten. Leistungsminimum könnte es sein, ich fahre einen Laptop hoch, ich mache Word auf, Microsoft Word, und dann lege ich die Finger auf die Tastatur. Oder ich lese den letzten Satz, den ich geschrieben habe. Was das bringt, diese ganzen Leistungsminimum, ist, Sie fangen an. Sie haben nicht jeden Tag die Erwartung, ja, ich muss eine Stunde daran. Und dann haben Sie einen hohen Initialwiderstand, den Sie erstmal überwinden müssen. Wie bei einer chemischen Reaktion. Sie müssen erst Energie reindrücken, bis es dann irgendwann endlich losgeht. Hier bei so einem Leistungsminimum, nö. Sie fangen einfach an. Und beim Meditieren, Sie ziehen sich eine bequeme Hose an, Sie hocken sich auf dem Boden, auf Ihre Matte, auf Ihr Kissen, und Sie machen die Augen zu. Zählt schon. Gebt keine Ausreden, das schafft man immer. Das schaffen Sie vorm Schlafengehen immer noch, auch wenn es nur 30 Sekunden dann nachher werden, aber auf dem Boden sitzen, das geht. Und klausurrelevante Literatur lesen, Sie lesen nur einen Absatz. Nicht mal eine Seite, wirklich nur einen Absatz. Von mir ist er nur ein Satz. Denn nichts ist wichtiger als das, was wir jeden Tag tun. Diese Leistungsminima, die helfen Ihnen, dass Sie Ihre Gewohnheiten durchziehen. Und Ihre Gewohnheiten, diese erschaffen Ihre Identität. Sie sind ja nichts anderes als das, was Sie jeden Tag tun. Ihr Leben ist nichts als eine Abfolge von immer wieder einem Heute. Immer wieder einem Heute. Und an dem führen Sie gewisse Gewohnheiten aus. Gute wie Schlechte. Und Sie wollen ja versuchen, dass Sie möglichst viele Gute machen und möglichst wenige Schlechte. Und das geht mit Leistungsminimalheit sehr gut. Es wird der Tag kommen, an denen verschwört sich alles gegen Sie und Sie sind wirklich krank. Sie können nicht. Sie haben Schmerzen. Natürlich gehen Sie dann nicht joggen. Aber das ist dann höhere Gewalt. In aller Regel sind Sie in der Mehrzahl der Tage so leistungsfähig, dass Sie wenigstens das hier durchziehen. Und dann können Sie das immer als Erfolg verbuchen. Und dann werden Sie allmählich immer besser. So. Das war diese Schulung jetzt. Ich habe hier nochmal die weiterführende Literatur aufgeblendet. Ich füge sie ja nochmal in die Videobeschreibung ein. Grün hervorgehoben sind die Dinge, die ich besonders leicht zu lesen oder toll zu lesen fand. Lassen Sie mich mal kurz schauen. Ja, doch, genau. Und dann gibt es noch im anderen Teil hier nochmal die Beratungsstellen, wo Sie sich nochmal hinwenden können. Das, was ich am Anfang nochmal gesagt habe. Und nochmal, aufschieben ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen muss. Sie können sehr wohl sich beraten lassen, wenn dieses Video Ihnen noch nicht weitergeholfen hat. Aber ich hoffe, dass es Ihnen schon ein bisschen weitergeholfen hat. Sie werden aufschieben nie komplett besiegen. Habe ich auch nicht. Aber ich bin besser geworden und ich bin der festen Meinung, dass Sie das auch werden. Vielen Dank. Vielen Dank.